hallo grüßt euch herzlich willkommen auf meinem kanal zu einem neuen video für trains im world 4 freue mich sehr dass ihr dabei seid die april roadmap ist da und mit ihr viele viele coole sachen für tsw 4 das kann ich schon mal vorweg nehmen wir sehen hier die semmering bahn die ja jetzt demnächst am 18 vierten erscheinen wird dann wurde angekündigt lierr commuter new york long beach hamstead und hicks will und dann kommt tatsächlich innerhalb der nächsten drei monate die bauerei 218 von tsg für trains im world 4 ich werde bekloppt lustig an der sache ist aber dass sie vor der baurei 420 kommt obwohl sie später mit der entwicklung begonnen haben bei tsg mit der bauerei 218 ist schon echt ein bisschen ja der gag hier auch wenn das irgendjemand von tsg sieht aber der gag der bleibt halt das habt ihr euch selber zuzuschreiben das ist halt leider so dann kommt noch cargo line volume 2 aggregates von skyhook games und improvements bei der five circle line und das frühlingsupdate das möchte ich natürlich nicht vergessen dann vier bis sechs monate die san bernardino line los angeles an bernardino eine britische strecke die scottrail class 380 dann haben wir die scottrail class 158 von skyhook games eine deutsche lokomotive von simtrac studios und die experten baureihe 101 von tsg mit dem steuerwagen mit dem intercity steuerwagen dabei wer train simulator spielt und der kennt das ja da gibt es ja auch von virtual railroads gibt es ja auch expert line lokomotiven das wird wahrscheinlich das gleiche sein oder ähnlich wir schauen uns das jetzt hier aber alles mal im detail an ja die semmering bahn da habe ich ja schon ein zwei eigene videos zugemacht das werden wir jetzt mal im schnelldurchlauf machen kommt ja am 18 vierten freue ich mich sehr drauf und am donnerstag um 20 uhr 20 uhr müsste das sein wird es dann auch einen kleinen stream zu der strecke geben wenn ihr da bock drauf habe vielleicht mache ich auch ein stream dazu dass wir uns das zusammen angucken ich bin mir noch nicht sicher und ja zehn prozent rabatt gibt es auf steam im moment noch für vorbesteller freue ich mich sehr darauf ihr seid ein bisschen zwiegespalten strecke top rollmaterial flop aber nur gut da streiten sich die geister ja die taurus haben wir die in das city wagen die über 40 24 ja kann ich schon nachvollziehen dann die strecke new york long beach hamstead und hicksville ja hier den streckenplan sehr sehr cool für menschen die sich mit amerikanischen eisenbahnen anfreunden können ich bin da nicht so ein fan von aber der ein oder andere freut sich wahrscheinlich auch auf diese strecke das machen wir auch mal im schnelldurchgang weil ihr wisst ja bei mir geht es da eher so um den deutschsprachigen raum die scott rail 380 kommt das war auch so ein april scherz teaser ja da ja dann aber keiner ist das müssen wir uns mal fürs nächste am hinterkopf behaltung für die kommenden jahre das klar das gab es auch schon die letzten jahre aber ich glaube wenn da am ersten april was kommt dann wird es dann wahrscheinlich kein april scherz sein dann ja die klasse 380 war nicht der einzige april scherz den wir hatten denn wir feierten ihn mit dem dosto appreciation day ein sehr realer feiertag in der überlieferung von trains im world und dann war hier der steuerwagen versteckt und er kommt wirklich schaut euch das mal an ist das zu fassen so was dass ich das noch mal erleben darf aber tsg nicht darf der games die werden da wahrscheinlich auch so ein bisschen ihre finger mit dem spiel gehabt aber tsg macht das ganze und sie schreiben wir freuen uns die neue veröffentlichung der legendären lokomotive db br 101 anzukündigen jetzt in einer sorgfältigen gestalteten expert version die spielern dienen soll die an einem viel detaillierteren authentischen erlebnis interessiert sind diese neue expert edition entwickelt vom tsg team verfügt über einen brandneuen taxi wagen das ist falsch übersetzt steuerwagen bp mm bd zf und erweitert das immersive erlebnis für enthusiasten nur damit wir uns verstehen das ist keine erweiterung der schon vorhandenen des vorhandenen dlc ist für die baureihe 101 das ist ein eigenständiges ich bin gespannt was ihr dazu schreibt und dann haben wir hier wenn ich das hier sehe das ist schon mal brems hundertstel und zugleistung v max was hier alles die länge was hier alles eingestellt werden kann das ist auch für mich erstmal erschlagen also da habe ich auch überhaupt keine ahnung von ich hoffe dass dann richtig gutes tutorial mitgeliefert wird weil brems hundertstel und alles eingeben da bin ich auch raus die hauptfunktion dieser expert version sind zwei führer hausvarianten mfd und mfa neue verfeinerte physik für eine realistischere simulation voll funktionsfähige bildschirme in der kabine einschließlich funktion wieder deaktivierung bestimmter fahrmotoren also da könnt ihr sogar euch die fahrmotoren abschalten und zuschalten ich denke mal dass es dann auch ebola gibt das wenn es das nicht gibt wäre es ein bisschen lächerlich wenn sonst alles dabei ist umfangreiche fehlersimulation falls aktiviert energie zähler um zu messen wie effizient sie fahren realistischer türbetrieb mit tp0 und ssdf türsteuerungssystem ok voll digitale displays alle bildschirme und unterbildschirme und alle bildschirme ist für mich auch ebola echte zugdateneingabe pzp lzp dateneingabe das seht ihr hier lzp zugdateneingabe dann müsst ihr hier wie gesagt das alles eingeben was ich eben schon gesagt habe tonverbesserung wobei neue tonaufnahmen ältere aufnahmen aufwerten ja das bedeutet ja dass sie da auch die alte das alte der ziel damit aufwerten könnte man so verstehen vom spieler begehbarer maschinenraum und der echte maschinenraum nachempfunden zugängliche hauptmenüeinstellung für den fahrmodus um die funktionalität auf ein für andere tsw lokomotiven typisches niveau einzustellen okay ihr könnt diese baureihe dann aber auch so in dem umfang fahren wie das bisher kennt dass ihr dann auch nicht diesen umfang habt sondern diese lokomotive auch ganz normal fahren könnt ja richtig genial wir möchten sie alle darüber informieren dass es selbst für diejenigen die sehr viel erfahrung mit tsw haben eine sehr anspruchsvolle lokomotive sein wird allerdings wird es eine menüeinstellung geben die einen besser zugänglichen fahrmodus für die expert baureihe 101 ermöglicht das ist hier wieder sehr schön übersetzt ermöglicht ermöglicht es ihnen alle neuen funktionen auf einem niveau zu nutzen das im vergleich zu anderen lokomotiven erwartet wird das was ich eben ja gesagt habe um erwartungen zu wecken können enthusiasten mit der einbeziehung dieser erweiterten funktion einen höheren preis erwarten ja ist auch wieder super übersetzt der der kategorie der expert lokomotiven entspricht wir freuen uns darauf in der folgen in den folgenden roadmaps weitere details zur veröffentlichung mit ihnen allen zu teilen weitere einblicke vom tsw tsg entwicklungsteam zu erhalten screenshots zu teilen und die neuen erweiterten funktionen im detail hervorzuheben die idee einer experten log ja hier steht noch dass sie da mal eine umfrage gemacht haben und das wird die erste export expert log sein die wir veröffentlicht haben und derzeit sind keine weiteren geplant wir sind gespannt auf ihre gedanken und die feedback teilen sie uns bitte mit ob sie mehr davon sehen möchten ja da könnt ihr feedback geben wenn ihr meint ja das ist abzocke zweimal dieselbe lokomotive jetzt ist der steuerwagen da war ein paar mehr funktionen ist dann aber trotzdem wieder ich denke mal 1499 könnte ich mir vorstellen da könnt ihr den dann schreiben hier das finde ich abzocke wenn ihr das so seht ja und das tsg team prüft derzeit die möglichkeiten wo die baureihe 101 im verhafter modus eingesetzt werden soll ja richtig genial bitte beachten sie dass das ursprüngliche log addon baureihe 101 nicht verändert wird und weiterhin als separates addon existiert bei dieser angekündigten expert version handelt es sich um eine neu veröffentlichung das wollte ich auch noch mal sagen und jetzt hier ist das nicht genial die baureihe 218 neben der expert baureihe 101 haben wir heute eine weitere überraschung in form der mächtigen baureihe 218 im namen des der tsg fast james lewis noch mehr zusammen wie es bei vielen entwicklern üblich ist auch bei uns arbeiten verschiedene teams an unterschiedlichen projekten und tsg ist keine ausnahme weshalb diesen monat ein doppelt feature herauskommt also 101 expert und die 218 wie auch immer zu den guten seiten ja hier wird so ein bisschen über die 218 geredet diese lokomotive aus den 60er jahren erste strecken diese für deutschland und konzentriert sich auf die exemplare die mit dem tb 11 motor ausgestattet sind die 218 wird mit einer eigenen version des n wagen geliefert ich werde bekloppt werden noch eigene n wagen mitgeliefert komplett mit einem karlsruher steuerwagen der über alternative führerstand steuerung für ferngesteuerte dieselmotoren verfügt sehr genial die 218 war eins auf der strecke hamburg lübeck weit verbreitet und dort wird sie am besten zu hause sein aber sie passt auch problem ist auf die neuere main teilbahn und wo immer sie möchten mit free room und szenario planer okay also wird sie dann auf hamburg lübeck ihre fahrten haben und auf der main teilbahn sehr schön ja das soll es erstmal so gewesen sein zur roadmap aber es ist wirklich 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 eine geile geile sache was wir hier zu sehen bekommen ich wollte noch ganz kurz gucken das erschlägt einem alles nach was wir hier unten der formation designer kommt auf die konsolen ok mit der veröffentlichung später in dieser woche wo das osterkern update auch kommt beginnt die zweite phase unseres plans für den formation designer wird auch das ganze auf der konsole erscheint also ende der woche sehr sehr fein für konsolenspieler dann haben wir hier verbesserung der federung an der 4024 dem talent wann kommt das sound update ich weiß aus sicherer quelle dass der sound aufgenommen wurde ok 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 passagiere werden noch weiter verbessert also ganz ganz viele schöne sachen die wir hier noch haben aber für mich die kern sachen dieser roadmap sind die expert baureihe 101 und die 218 sammering bahn natürlich auch aber das ist ja schon länger bekannt dass sie am 18 april erscheinen wird eure gedanken gerne unten in die kommentare ich bin sehr gespannt darauf und ich freue mich tierisch gerade auf die 218er die ja noch vor der expert 101 kommen wird die werden wir dann erstmal fahren und ich bin tierisch gespannt auf den sound da hoffe ich dass sie da nicht versagt haben in dem sinne dankeschön bis zum nächsten mal ciao 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 ciao